Schäufe, sieh es voll Neid. Untertitelung des ZDF, 2020 Was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist, nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Luteßfeld zum Luteßriss werden, zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Einem Fenster Elektrizität Blitze und Funken in Flaschen Zeus sieht es voll Neid. Sehen wir uns untenrum? Gehen wir uns, Neid. Gehen wir uns, Neid. Gehen wir uns, Neid. Gehen wir uns, Neid. Sally, der Bastard hat sich reingeschlichen, als die Box den Laden auseinander nahm und hat meine Kleine entführt. Da hat sie in der Salty Oister eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen, aber... ...dass sie in der Kasse zu drücken. Elektrizität! Blitze und Funken entlaschen! Zeus sieht es voll Neid! Kurz und Schmerzhaft! Bukka, Flak geschützt! Bukka, Munition! Bukka, Munition! Bukka, Munition! Bukka, Munition! Oh. Okay, da muss ein Kind unter der Kasse sein. Okay, da muss ein Kind unter der Kasse sein. Okay, da muss ein Kind unter der Kasse sein. Okay, da muss ein Kind unter der Kasse sein. Okay, da muss ein Kind unter der Kasse sein. Wirklich? Wir haben unser Leben riskiert für ein bisschen Kitzel? Ich kenne sie. Hatte eine Bahn der Houston Street bedient. Dachte ich mir. Doch wir sind zusammen und ich werde dich heilen. Denn was trennt uns jetzt noch abgesehen von einem einzigen Chromosom? Ich bin ein Kind unter der Kasse sein. 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 Du bist tot! Ich bin ein Kind unter der Kasse sein. Ich bin ein Kind unter der Kasse sein. Ich bin ein Kind unter dem Kasse sein. Untertitelung des ZDF, 2020